Hallo, servus und grüß' euch meine Freunde. Eine neue Folge Castle Story Invasionsmodus und wie gesagt, wir müssen jetzt mal kurz schauen, haben wir das schon gesagt, dass wir da raufkommen. Legitul laufen sie da nicht rauf. Was können wir da machen? Ob ich das jetzt steuere? Nein, das gibt's auch nicht. Müssen wir da so eine Plattform bauen, oder? Können wir theoretisch machen. Indem ich das da wegreißen lasse. Bitte wegnehmen. Habe gerade ein paar nichts zu tun. Genau, den wird der wegreißen. Ah, kann ich sagen, dass die nicht immer sollen. Geht das irgendwie? Ja, das ist nur so. Kann ich machen? Schreibt's uns in die Kommentare, wer's weiß. Ich hätt gern, dass die nicht benutzen. Zumindest vorübergehend nicht. Geht das oder geht das nicht? Geht das oder geht das nicht? Vielleicht wird dann der auch repariert. Genau, ähm, das passt. Den tun wir mal weg. Da tun wir ganz normal eine einfache Stiege drauf. So. Und dann machen wir da gleich mal eine Plattform hier. So, irgendwie. Bitte bauen. Dann schauen wir mal, ob es ja nicht recht wird, dass wir da oben die paar Bäume wegreißen. Pfff. Okay, unser Lager ist wieder voll. Haben wir eigentlich da wieder eins draufbauen, oder? Dann bauen wir da noch eins drauf. Mit unserer Blaupause. So. Und zugleich dann da oben nur gleich Lagerfläche wieder drauf. So, machen wir das. Zahnräder sind auch gefertigt. Das gefällt mir. Ah, jetzt kann er wegreißen. Sehr gut. Sehr gut. Ich muss jetzt hergehen und ein bisschen mehr weg tun, bitte. Danke. Ja, und das heißt jetzt was? Wir brauchen wieder Lagerfläche. So, da können wir eh sonst nichts hermachen. Das heißt, wir wären jetzt einfach. Die rennen sowieso nicht da drauf. Ist noch mit Lagerfläche zu. Kleistern da da. So. Genau. Sehr gut. Sehr gut. So. Macht's ihr da? Nichts zu tun. Dann reißen wir mal den da weg. Und den dayarder. Und den da und den da. Und den da. Oh, was ist das? Nein, ich brauche noch Lagerfläche fürs Holz. Bringen wir da noch so ein Lagerhaus her? Aber ich gehe mir ganz stark davor raus. Oho. Selbst da geht sie sich noch aus. Ist das so herbar? Sie können zwar von hinten nicht mehr rauf, aber sie können von da rauf. Jawohl. So, machen wir das. Und wir bauen da gleich noch Lagerfläche drauf. Wie immer. So, dann wird schon wieder was frei. Da braucht man mehr viel Holz. Da bringen wir das schon wieder weiter, was wir da anbauen. Sehr gut. Und alle sagen, du hast mal die... Ja, ich brauche es nachher. Ich werfe ihn da von da oben nachher dann schon runter. So, zu den Waffen. Andere. Und dann geht's. Und dann gehen wir das. Ich spreche hier. Ja, ich werde es abitieren. Und dann geht's... Und dann geht's das noch los. Ich mache es der Störmiss. Hey, hey, buddy. Hey. Hey. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hallo? Was kommt denn überhaupt? Boah, sehr viele kommen. Sie sind tot. Tut mir eigentlich. Icheslade, ich habe euch gewonnen. Ist das der Schmerz? Is das der Schmerz? Ach, komm! Nein, es ist wieder einer gestorben. Scheiße, mir sterben die Ritter weg! Okay Es wird schwieriger Ich überlege gerade, wie kann ich das besser machen Ich muss es einfach besser verteilen Und die Heiler bringen nicht wirklich so viel Ich muss ja vielleicht wieder einmal mit einem da hergehen Lass das Ohr werden eigentlich alle Komm mal da her Nimm den einmal auf Machst du alles für mich? Du gehst her Der zweite ist eh schon kaputt Passt, weiter hacken Na doch Gut, fangst du mal an, dass du mir die Dinge da weggerißt Ja, ja, komm mal auf, oder? Dann 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 Ante dann dann Ante dann dann Und den da, oder? Den auch noch. Fast. Ist wieder nacht. Schauen wir mal. Oder wo wir eine Fackel haben. Stellen wir einfach einmal eine rauf, oder? So einen Blondkristall haben wir sicher angemacht. Den müssen wir quasi Eigentüler raufstellen. Schauen wir mal, wo wir daneben. Dann können wir das da bisserl besser ausbauen. Ich würde das da noch gerne bisserl besser ausbauen. Müssen wir die nur da irgendwo raufstellen. Das macht sie gut da, glaube ich. Sehr gut, dann können wir das da nämlich mit Staunen ausbauen. So einen Blondkristall haben wir jetzt. Und das wäre ja auch ein Blondkristall. So einen Blondkristall haben wir jetzt mal auf der Tür. Und dann können wir das so, wenn das so. Und dann können wir das so. Und dann können wir das so. so irgendwie kommen wir da schon wieder? na, ein bisschen Zeit haben wir noch ja 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, was müssen wir bauen? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen blauen Und wir brauchen noch So, zweieinhalb Minuten haben wir noch Die sind fertig, das heißt, die müssen wir da einschnappen Der war da kurz die Baumstämme weggeräumt So, was müssen wir bauen? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay. So geht das so? Ah ja. Genau so wollen wir das haben. Machts das einmal. So. Wir haben einmal einen Ruf zu den Waffen jetzt wieder einmal. Ich bin gespannt was kommt. Ich bin gespannt. 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 Ah, kacke Ah, kacke Oh, kacke Oh, kacke Teg 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 At nghi O The Consider Oh, him! Oh! He! God! Oh! Oh! Wee! Oh! 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 Gn! Lucky! Oh! 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 So! Schaut das gut aus! Ich glaube das schaut sogar sehr gut aus! Schaut sogar so gut aus, dass wir da auch was machen zum Alpha, gell. Ah ja, die haben jetzt wieder nichts mit zum Schießen, oder? Oh, okay. Okay. So, und ich glaube, wir haben noch ein kleines Systempack. Ah, jetzt kriegt er nicht los. Und du liebst das. Alles klar. So, das sind ja extrem lange Folgen, habe ich gerade gesehen. Ich mache einmal einen Cut jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schauen wir mal, wie es da oben am Berg weitergeht. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich habe es lauter. Pfiat dich.